Hahahaha! Hast du gedacht, ne? Du kannst uns in den Arsch treten. Ja, servus, meine lieben und so Mädels. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge PvZ! Ihr startet in der Zeit immer irgendwie vor der Runde. Ist egal. Ähm, die Plasma-Apps wurde sich vom Sumpf-Gorilla gewünscht. Danke für den Wunsch auf jeden Fall. Habe den nämlich sehr lange nicht mehr gespielt auch. Gucken wir, wie wir das für den Erstkill wieder erreichen. Und den kriegen wir, den kriegen wir! Haha! Erstkill! Mir scheißegal! Oh, ich habe den Ton gerade ausgemacht, weil ich wahrscheinlich wieder aus dem Bild geklickt habe. Ich habe den Erstkill gemacht und das ist das Wichtigste gewesen. 250 Punkte, die sack ich mir sehr gerne mal ein. Auch wenn ich danach gestorben bin, ist mir relativ Latte. Gucken wir mal. Warten wir mal gerade hier. Ich habe das Gefühl, der Ingenieur wird gleich wiederkommen. Gucken wir mal. Achtung! Weg! Geh weg! Geh weg! Komm schon! Wo bleibt er? Kommt er überhaupt noch? Oh, die nehmen einen. War gar nicht so geil. Oh! Alter! Wo kamen die denn hier, die zwei? Ich habe aber auch ein Pech, ey. Wette, das war genau in dem Augenblick, wo ich mich umgedreht habe, da kamen die zwei. Mit Sicherheit. Egal. Mach's gut! So, sehr gut. Schieß der. Boah! Gut, dass einer neben mir stand. Dankeschön, dass ich getötet wurde wegen euch. Oh! Glaublich ist aber sehr leer. Das ist aber, das ist aber fast schade, würde ich sagen. Naja, so bleibt das Feld überschaubar. Egal. Sag mir mal gerade ganz kurz, der irgendwo war der... Das ist der blöde Dingens. Der blöde Panzerkommandant. Ich glaube, der ist gestorben, oder? Nee, der lebt noch! Nein, der lebt noch! So shit. Was ist da mit meiner Nase gerade los? Ah! Noch eins. Hahaha! Hast du gedacht? Hast du gedacht, ne? Schade. Der wär auf jeden Fall verreckt. Da hättest du machen können. Hättest du machen können, was er wollte. Ist gut? Komm, ich wollte den... Ach, egal. Komm, Spawn ist... ihn spawnen hier. Ey, ist ihr am spawnen hier, meine ich. Zack. Wiedersehen. Oh Gott, ne Drohne, oder? Ja, das ist halt das Problem an der Plasmaerbze. Das ist nämlich, so blöde hohe Schussrate. Das ist echt ein... Das ist, äh, schon fast ein Nachteil, kann man sagen. Das wird mein Lieber. Ich glaub, der ist tot. Was? Nein! Der nehmt ja immer noch! Alter! What the fuck! Mach den doch mal bitte kalt, Leute! Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich will den killen! Ich will den killen! Ich will den killen! Was soll ich gehen? Aua! Aber die Heils sind kaputt, ganz kurz. ist gut ich bin einfach gerade konzentriert, tut mir leid gerade etwas still ich stehe ja so gerne an diesem Punkt das ist so wirklich mein Lieblingspunkt in diesem Garten auf dem Dingens hier auf dem Dingens hier, auf dem Bötchen stehst du nämlich im Garten drin und hast eine super Barriere dass sich keiner abschließen kann ich stehe so gerne ohne Scheiß mein Lieblingsort, ohne Witz oh man sie juckt Allah eben, das kann doch nicht sein kann sein, da habe ich mindestens einen getötet auf jeden Fall fuck, der blöde Autor geht auf mich verdammt, okay, ist down ich bin wieder gestorben, weil ich wieder Blitze kam das ist natürlich kacke nein, ich wiederbeleben was will ich denn weiß mich doch wahrscheinlich sowieso nicht hoch er merkt, ich werde nicht gerne wiederbelebt ist einfach so, weil es ist einfach Quatsch weißt du, so einen Boomhain an sich wohl nicht hoch Alter, diese Nase Tja, hat der Fettasch leider nicht gereicht jetzt weiter schießen sollen wäre besser gewesen hast du gedacht, ne, du kannst uns in den Arsch treten wir stehen immer noch da sehr gut, aber ich glaube, hier kommt keiner hin da gehe ich jetzt weiter egal das machen wir es so richtig geile Idee so da kommt mal, liebe Ingenieure kommt mal, meine Lieben baut mal den Teleporter auf schade dachte vielleicht bringt es das ja, 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 bleib links ah, verdammt komm schon, komm schon, komm schon bleib jetzt hier ich bleib jetzt hier so lange, bis der Ingenieur da ist ach, schade, jetzt ist der auch wieder weg das ist natürlich doof schade das erwische ich ihn nicht ha 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 geiler Punkt hier, ohne Scheiß du stehst du gut du stehst du gut das Gefühl der wird hier gleich kommen guck mal, nämlich der da vom Duell verdammt leider ist er nicht runtergefallen oh alter kam der mir genau entgegen die Buttermilch Müller, Reiner, Buttermilch die kam mir entgegen he 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 egal ich erwische die Buttermilch ja noch hat geschossen Glück du Arsch, ey die arme kackt hier ich bleibs einfach wieder auf wenn es Schwachsinn ist so siehst du, siehst du wieder hier holt's doch hier hin gib's doch zu wo schieß ich denn hier nice NICE alter beim Nasejucken hier voll gekillt alter what the fuck war wieder eine explizite Runde hier hallo Wollte grad sagen wieso mach ich keinen Schaden an dem am Treffen hier oh nice ey alter Blindkill Junge Blindkill ich hab ihn nicht gesehen war trotzdem gekillt hier würde ich sagen das war mal nicht schlecht würde ich behaupten Leben hat er denn noch Mann ich hab dem 90 Leben abgezogen wie viel Leben hat denn der hier alter Schwede ey kann doch nicht sein Hühnchen haha zu viele Bohnen zu viele Bohnen ah der eine Typ da hat den Hennen den ich gerne hätte er hat nämlich diesen Panzerkopf den ich meinem Panzerkombination immer anhabe hat der nämlich den Diamant komplett den hätte ich nämlich auch sehr gerne Machen ich weiß jetzt hier einfach mit dem Mg wenn er kommt fisch davon auf den Sack hoffentlich hier geben die alter ne ist nur das Info oh 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 die gruner hauschen raus ist mir scheißegal hier sogar hab ich noch jemanden vielleicht ne ach nicht schade vielleicht hab ich noch jemanden gekillt ich war grad da oben den Dingens kalt ich glaub der lebt nämlich immer noch Panzerkommandanten da oben oh wow also ich hab den noch getroffen nicht dein Ernst ey krass ne der ist tot ok hat sich erledigt letzter Schuss ja ähm kurze Runde zweite Runde kommt also dann überlegen ob ich noch eine zweite Runde mache aber ist zu kurz Leute ist etwas zu kurz ich mache immer sehr gerne 20 Minuten voll oh nice ich hab drei Auszeichnungen ha ha Abschussmeister Abschussserie Erstschlag nach 56 Sekunden nice one ja Leute dann war es das für heute nein Quatsch Entschuldigung bis zur zweiten Runde tut mir leid so wir kommen zurück zur zweiten Runde mit der Plasmaerbse anderer Tag eine andere Zeit eine ein anderer Server gucken ob wir hier was wir kriegen oh den habe ich aber sehr nett erwischt würde ich behaupten alles auch hinüber gucken wir mal da hinten haben wir noch nicht jemanden nice schön weggeschossen mit einem Plasma destruktor hier voll in die Phrase ich wollte gerade sagen haben wir da etwa einen Cheater oder was aber das war einfach nur verdammt eine verdammt gute Bohne da oben rechts ich hab grad gesehen nämlich drei vier Leute gestorben mit einem Schlag hier ey das ist aber nicht nett ah der ging leider daneben so warte mal wie denn hier von da das hat er da nicht gereicht um ihm den Rest zu geben bündchen bündchen ja mal alle hier sterben wird er auf jeden Fall da kann er nichts gegen machen hab ich ja gesagt überleben wir mal kurz ich hab er wieder ah man wieso um mich wieso denn auf mich was hab ich dir getan verdammt ah werd ich von Aiche wiederbelebt Aiche hat's nicht geschafft weißt du steht nicht Aiche aber es sah grad so aus im letzten Moment so komm fix nach oben hier mach ich mal ein Bündchen rein im Zimmern in den Garten ich würde bestimmt was treffen ey ich glaub es hackt da hinten alter sag mal what the fuck hier was ist denn hier los schade äh der hätte ich fast getroffen boah alter zu zweit ey ihr Säcke ich sterbe hier nur ich will aber nicht immer nur sterben ich will auch killen boah ist ein Kill alter wie sind denn die anderen so drauf so gut sind die gar nicht vom Level her oh ein Level 1er guck mal selten da hat wohl jemand neu angefangen mit dem Game gucken was der wohl als erstes spielt bestimmt eine Plasmaherbse ins Spetten danke laufen wir voll in den Weg rein dann gehen wir mal hier rein oh jetzt gehen direkt drei Leute hier rein schade er wäre auf jeden Fall verreckt hätte er nichts machen können oh Achtung Deckel oh die rollt heraus what the fuck die ist einfach rausgerollt die scheiß Bohne das sollte sie aber nicht machen eigentlich hallo ich kann nicht gedrückt warte mal wir fallen mal grad da rein oh nein einer von den Backstreet Boys haben wir nicht mehr gesehen hier die Backstreet Boys da rechts ist einer ey mal weg hier keiner wollte nicht wahr sein oh 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 holy dammit jo es war klar dass ich sterbe aber ich wollte noch so viel machen wie es geht schade 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 egal so ich gehe direkt wieder zum Teleporter hin ich probiere das hier zu holen was ist denn mit dir du feiges Stück ja Satz mit X war wohl nix wa ey klau doch nicht meinen Kill man die hätte ich selber hingekriegt so unfair Mist mein Tablet stört mich äh liegt mein Tablet direkt in meiner Maus das ist relativ ungünstig grad mal hier hat er mich verfolgt der wusste dass ich nicht mehr viel Leben habe muss ich ja mal sagen und ich habe keinen mit meiner Bohne erwischt was hier los was stehen hier los das darf ich mit der das mal erbse sagen du hättest auch täckeln können aber ich hatte er hatte ja kein zäckel mehr zack in der luft erwischt baby ah das ist das übliche Problem was ich halt meine du bist halt voll verleitet du wirst halt voll verleitet hier immer so schnell zu schießen ich zumindest ist er erwischt der war zwar gut aber so gut auch wiederum nicht jetzt schieße ich eher nur das äh Schild ab gerade okay haben wir uns mal voll hier ein bisschen die machen ihre machen ihre Arbeit hier die lieben down nice voll in den Schädel baby in die Fresse der 70 ins Gesicht ich glaube ich habe nochmal Schuss auf und setze nochmal da oben rein leider komme ich da nicht mehr hoch leider das was ein bisschen schade ist deshalb will ich den gerade ein bisschen abfallen da oben dass er da oben bleibt hängt den quasi nur so ein bisschen ab dass er nicht mehr kommt Bündchen nochmal rein da kommt nämlich jetzt noch jemand rein ne doch nicht nicht gehabt und dabei ist ja wieder eine sehr kurze zweite Runde dass jetzt hier nichts wird das wäre ja wiederum ein wenig schade sag ich mal da habe ich aber schön erwischt hier ich habe nur eine Vorlage gekriegt what the fuck ey der Typ hier gibt mir weil ich auf den Zeiger mit seinem normalen Fuß da hatten ne alles gut wo steht der eine denn ah ok ja dann war es das dann war es das aber endgültig jetzt für die Plasma Erbse es war keine schöne zweite Runde muss ich zugeben schade eigentlich gucken wie sind meine Punkte 11 Kills ok hätte besser sein können gebe ich zu dabei hatten die nicht mal ein so gutes Team verstehe ich nicht naja gut egal Plasma Erbse nicht unbedingt immer mein Fall ist zwar eine coole Erbse aber wenn ich da eigentlich spiele ich was anderes lieber da muss ich zugeben Gifterbse Feuererbse Erbsenagent klar also die spiele ich natürlich eindeutig lieber aber egal KD 2,7 ok ich würde sagen wir sehen uns aber in der nächsten Folge wieder ich bedanke mich natürlich fürs zuschauen einen schönen Samstag wünsche ich euch noch und ja bis morgen Ciao bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal